aufgepasst das video ist für alle die ein dji mic 2 haben oder haben wollen und gleichzeitig eine sony kamera benutzen denn es gibt ein kleines zusatz zubehörteilchen das ist ein audio interface hotshoe multischoo aktiv hotshoe ding so sieht es aus es ist klein aber fein und jetzt aufgepasst es nutzt diesen speziellen multimedia hotshoe den es bei sony kameras gibt hat man ja schon sicherlich gesehen dass er ganz viele kontakte oben im blitzschuh drin sind jedenfalls zb an der fx 30 und dort kann man dieses kleine gerät anschließen und dann packt man das ganze hier nach oben das wie so ein kleiner ausfahrer ausklapper und jetzt kann man das dji mic 2 ganz einfach hier aufstecken super einfach super simpel jetzt verbindet der receiver sich mit diesem mit diesem multimedia hotshoe und was passiert jetzt richtig der ton geht jetzt digital in die kamera und gleichzeitig geht strom zurück in den receiver von dem kamera akku selbst bedeutet ich habe keinerlei bedarf mehr an irgendwelchen extra kabeln natürlich habe ich weiterhin den dji mic 2 ausgang für andere gelegenheiten ich habe auch den kopfhörer ausgang wo man direkt abhören kann aber wichtig ist ab jetzt kann ich über den hotshoe digital denn das audio aufnehmen gehe ich zum beispiel an der fx 30 ins menü dann habe ich andere einschlungen an der alpha 9 3 genauso ich kann plötzlich mit 24 bit bei 48.000 hertz kann ich aufnehmen auf zwei kanälen und habe nicht mehr die gefahr dass durch diese analoge konvertierung des signalen grundrauschen zum beispiel kommt also kurz als erklärung wenn man das digitale signal wandelt in ein analoges signal ist doch nicht mal das große problem aber das dann über ausgänge über klinken ausgänge zu schleifen das ist eben nicht so ideal wie es einfach rein digital zu halten weil die kamera nimmt ja das klinken signal und muss es dann wieder digital verwandeln damit überhaupt aufgenommen werden also gespeichert werden kann also im ergebnis ist es bisher so digital wird so analog gemacht und dann wieder an der digital zurück um es dann auf auf die speicherkarte zu packen und dieses ganze drumherum was die aufnahmequalität deutlich reduziert das ist natürlich jetzt passé das ganze ist super sexy super leicht es funktioniert tadellos man muss allerdings den dji mig 2 empfänger auf die neue firmware bringen und ein kleiner kritikpunkt der widerstand ist also es ist es raste zwar ein ich halte mal hier meinen ton hin aber der widerstand da ist jetzt kein großer widerstand also man darf nicht erwarten dass man das nicht einfach runter ziehen kann ich hätte mir da echt noch ein bisschen erhofft dass man vielleicht irgendwie so einen kleinen logging funktion hier einbaut weil so komisch rankommen an den ton und weg ist aber nichtsdestotrotz eine riesige tolle erweiterung der funktionalität und vor allem sehr sehr komfortabel keine kabel wo man hängen bleiben kann alles einfach sehr viel luxuriöser ich hoffe dass dji noch nachzieht die r6 2 glaube ich von kennen hat auch noch mal so ein multi hotshoe bekommen jetzt panasonic hat ja sowieso so einen hotshoe oben drin der angesteuert werden kann also da ist noch viel potenzial um vielleicht das auch auf andere marken zu bringen aber erst mal klappt es jetzt mit sony nicht alles sony gibt eine liste kompatibilität aber ich glaube alle aktuellen die man aktuell noch kaufen kann und die noch produziert werden sind da drin aufgelistet so das war es von meiner seite aus ich finde es ja toll wenn hersteller tolle produkte mit kleinen verbesserungen noch toller machen wie zum beispiel mit dem ding hier aber mal wieder mein alter mein alter kritikpunkt die machen immer nur so cases die pass genau das mal beinhalten was sie beinhalten sollen aber nichts mehr jetzt müssen noch mal ein case anfertigen wo man vielleicht das ganze noch mal zufügen kann also hat muss da rein also ja 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 ja